Hallo und herzlich willkommen bei Harami's Roompower. Ich bin Alisa Kusimitra und heute ist hier mit mir Stefan Obleger. Ja Stefan, ich freue mich sehr, dass du hier bist. Wir haben vor zwei Jahren schon mal ein ganz, ganz tolles Gespräch gehabt um Heilung, männlich und Weiblichkeit. Und ja, du bist schon sehr lange in diesem Bereich auch tätig. Du arbeitest mit Männern, du arbeitest auch mit dem Thema bewusste, erfüllte Beziehung. Vielleicht magst du mal ein bisschen über dich selbst erzählen. Du bist, glaube ich, auch schon sehr lange mit deiner Frau zusammen und ich denke, ihr habt auch schon einiges miteinander erlebt. Ja, sehr gerne. Ich freue mich, dass ich, ja, danke vielmals für die Einladung und bin da immer sehr gerne bereit auch zu erzählen, weil ich denke, das ist so ein Thema, das ich auch in die Welt tragen möchte. Oder wo, wo ich selbst spüre, ist noch sehr viel mit Scham, mit, ja, ich weiss selbst noch nicht so genau, was da noch alles damit verbunden ist. Aber ich spüre einfach, es möchte raus. Und gerade auch mit Frauen, die auf diesem Weg sind, denke ich, wir können da gemeinsam viel auch erforschen in diesem Themenbereich. Und deshalb finde ich es cool, dass wir über dieses Thema sprechen können. Ich bin selbst, also ich bin Vater von zwei Kindern. Ich bin jetzt seit zehn Jahren mit meiner Partnerin unterwegs in Partnerschaft und bin ursprünglich, bin auch tätig immer noch als Sozialpädagoge. Ich habe in den letzten Jahren hauptberuflich, ja, Menschen mit kognitiven, aber auch psychischen Beeinträchtigungen unterstützt in ihrem Alltag. Hat eigentlich immer sehr viel einfach auch mit Menschen zu tun. Ich bin selbst, ja, was bin ich, also dieses ganze Spektrum von Hochsensibilität, ADS, Asperge, diese, einfach so, das war schon immer ein Teil von mir. Und ich habe mich immer so als Mann irgendwie so komisch gefühlt oder hat mich so nicht so wirklich wohlgefühlt in meiner Männlichkeit, dachte immer mit mir, ich bin nicht so wie andere Männer. Und ja, ich bin dann einfach durch diese Suche nach mir, nach meiner inneren Kraft, bin ich zuerst auf den Weg vom Yoga gekommen. Da hatte ich mal so irgendwie meine göttliche Essenz auch entdeckt, ja, kam ich in Kontakt. Und danach bin ich aber noch viel stärker eben so auf die Männerarbeit gekommen. Und das hat für mich noch einfach mal eine viel tiefe Anbindung gebracht an meine Kraft. Und da bin ich eben stark mit kollektiven Prägungen immer wieder in Kontakt gekommen. Also das ist wie so etwas, was immer wieder stark durch mich hindurchgekommen ist, ist der Schmerz der Männer in Bezug auf Kriegstraumen. Und dann eben auch das Thema Beschneidung, das ist immer wieder so im Feld. Und ja, freue ich mich, wenn wir da ein bisschen darüber austauschen können. Ja, ich finde das total schön. Also es war ja jetzt auch kein Zufall, ich glaube nicht an Zufall, ich glaube an Züge. Es war einfach so, dass ich, ja, ihr kennt mich ja, ich beschäftige mich ja sehr viel mit der weiblichen Kraft. Und auch natürlich in Verbindung damit natürlich auch mit dem weiblichen Schmerz, so wie du das eben angesprochen hast. Und dann war einfach auch in mir diese Frage, weil gerade ich auch mit diesen Themen Missbrauch in Verbindung gekommen bin, Missbrauch, auch sexuelle Belästigung, dass ich da einfach begonnen habe, tiefer zu forschen. Und ich zum einen glaube, es ist ganz wichtig, dass wir uns überhaupt erstmal wieder bewusst machen, wo haben wir das erlebt, wo sind wir über unsere Grenzen gegangen, wo hat man unsere Grenzen nicht beachtet. Man hat uns Frauen das ja zum Beispiel gar nicht gezeigt, also mir jetzt zumindest nicht, dass viele Dinge ich einfach so angenommen habe und mir gar nicht bewusst war. Erst hinterher, als ich mich wirklich auf diesen Weg der weiblichen Kraft, diese Suche begeben habe, ist mir bewusst geworden, das war eigentlich für mich Missbrauch. Wenn ich jetzt mit solchen Dingen anfange, wie zum Beispiel, dass ich mit 15 das erste Mal beim Frauenarzt war, als Mädchen, als junge Frau und in diesem Frauenarztstuhl saß und er dieses kalte, wie heißt das Ding, Spektrum oder wie heißt das, wenn man die Vagina da, die Ironie auseinanderzieht, in mich reingeschoben hat, also mir das auch unglaublich wehtat körperlich und dieser große Mann dann da vor mir stand und das überhaupt gar kein schützender Raum war und ich natürlich heute weiß, wie das bei den Maya ist. Ich habe ja bei den Maya gelebt und da gibt es die Maya-Heber, die auf sanfte Art und Weise deinen Bauch erfüllen, ertasten und eben so auch feststellen können, sitzt deine Gewährmutter an der richtigen Stelle, hast du Zysten, die kann das alles oder auch in der Schwangerschaft, die kann das wirklich alles über ihre Hände, über das Fühlen machen und das ist überhaupt gar nicht nötig. Und so eine Sachen sind mir dann eben erst nachher bewusst geworden, nachdem sie passiert waren, auch durch eine erste traumatische Geburt und so weiter. Und dann ist natürlich dann erstmal die erste Reaktion, dass man in dieses Muster fällt, oh die Männer sind schuld, die Männer sind die Bösen, die sind das, die, die uns das angetan haben. Und vielleicht, ich denke, zu diesem Weg der Heilung gehört dann auch diese Wut einfach mal zulassen, diese Wut, dass du das Erlebte hast, den Missbrauch, die es nicht grenzen, nicht beachten in unterschiedlicher Art und Weise. Und dann der nächste Schritt ist dann ja wirklich die Heilung, die Vergebung, die es wieder in die Einheit kommt. Aber ich würde halt einfach mal gerne erfahren, so wie ist das für euch Männer? Ihr habt ja auch Missbrauch erfahren, ihr habt ja auch diesen Schmerz erfahren und letztendlich ist es ja auch egal, ob wir Mann oder Frau sind, wir haben ja letztendlich beide Seiten in uns. Also du als Mann hast ja auch weibliche Seiten in dir und dann ist auch so meine Frage, würdest du denn sagen, dass du auch das Gefühl hast, in dir wurde deine weibliche Seite verletzt? Ja, das ist so, die weibliche Seite verletzt. Ja, ich denke auf jeden Fall, dass das für mich auch so die weibliche Seite, das Intuitive, das Fühlen, es ist für mich so diese Seite, die wir Männer ja genauso haben. Und genau dort sind wir schon sehr stark geprägt als Männer, dass wir, das heisst es ja immer wieder so, dass ich komme jetzt nicht zu einer Familie, wo man irgendwie nicht weinen durfte oder wo das nicht, bei mir ist es mehr so die Prägung, vielleicht auch bei Änderungen, dass man nicht spricht über seine Gefühle zum Beispiel. Ja, dass man, da sind extrem viele Gefühle da und man spricht nicht darüber. Das heisst, ich habe gar nie wirklich gelernt, so ein Vorbild gehabt, wie das ist, wenn ich, wie ich mich mitteilen kann über Gefühle. Und in dem Sinne, das fühlt sich für mich auch, ja, wie eine Art Missbrauch oder das Weibliche in mir. Absolut, ja. Weil das, das fehlt dann einfach wie, das ist wie so etwas, was dann eben in der Partnerschaft sehr stark auch gespiegelt wird. Weil wenn wir nicht über Gefühle sprechen können, dann kommt es dann oft auf eine destruktive Art und Weise, ja, dann machen uns diese Gefühle eben auch Angst. Genau. Und bei mir war es ja überhaupt das Thema, was ich so gespürt habe oder erkannt habe, überhaupt mal zu fühlen, was ist überhaupt da. Das zu anerkennen, ohne mich damit zu identifizieren. Ja, auch zu erkennen, ja, ich fühle irgendwie gar nichts. Und ich glaube, das ist, wenn du davon sprichst, auch in Bezug auf sexuellen Missbrauch und all diese Themen, dass die ganze Wut, und das kommt dann eigentlich ab zuerst, ist wie so ein Nichtsfühlen eigentlich da. Ja, genau. Und das kann so Angst machen, das kann so unsicher machen irgendwo, weil, ja, wenn du einfach nichts fühlst, oder wie gehst du damit um? Weil du weisst ja nicht, es ist Trauer, es ist Wut, es ist alles wie so. Ja, das Film war für mich so der erste Schritt, das Nichtsfühlen. Und da ist ja dieses Thema bei der Beschneidung, das für mich eben ein zentrales, mega spannendes Thema ist, ja, wie ist das bei uns Männer, dieses kollektive Thema mit dem Thema Beschneidung. Und das fliesst natürlich in den Bereich rein, den du angesprochen hast, den ganzen medizinischen Sektor. Also, sei es eben auch Geburt in Spitälern, wie ja dort extrem, ja, das, also ich hatte kürzlich wieder ein Interview gehört, dass eine Frau sich einfach missbraucht gefühlt hat bei der Geburt oder extrem Gewalt ausgeübt wurde. Und es schwer traumatisiert war dann nach der Geburt, wie das da abgelaufen ist. Ja, das ging mir genauso bei meiner ersten Geburt, also meine Geburt war wundervoll, ne. Ich, Baby, Hebamme irgendwo im Hintergrund, mein Mann im Hintergrund. Die Hebamme musste dann eben bei den Presswählen den Arzt rufen. Und der kam dann schon rein mit den Worten, hätten sie nicht noch warten können? Ich habe gerade geschlafen, aber wirklich nicht in einem netten Tonfall, sondern vorwurfsvoll. Ja, und dann hat er mich natürlich dann auch zum Pressen angefeuert, obwohl mein Körper war noch nicht so weit. Das habe ich gespürt, aber es war meine erste Geburt, das sind Sachen, die ich nicht gelernt habe. Auf meinen Körper zu hören, zu fühlen, was will mein Körper, meine Körperin. Und ja, dann war ich gestresst, mein Kind gestresst, Herztöne gingen runter, Frauenarztstuhl, dreimal in meine Joni geschnitten, ohne Betäubung, Kind mit der Sauglocke rausgezerrt. Und der Arzt erzählt mir noch, er hat meinem Kind das Leben gerettet. Und dann war auch erstmal für mich, so wie du sagst, dieses Nicht-Fühlen. Aber weißt du, ich hätte dann natürlich auch körperlichen Schmerz. Das hat mich wirklich, dieser Schmerz, dieser Narben in meiner Joni, hat mich da aufgefordert, diesen Schmerz auch innerlich wieder zu fühlen. Diesen Schmerz, dieser nicht gelebten weiblichen Kraft, das Nicht-Hören darauf, was will ich eigentlich? Wer bin ich eigentlich? Was will aus mir raus? Und so weiter. Und so hat dieser Schmerz mich aufgefordert, nach innen zu gehen und mich auf die Suche zu machen, was ist da eigentlich in mir? Was ist der weibliche Schmerz und was ist die weibliche Kraft? Und wer bin ich wirklich? Insofern kann ich natürlich heute sagen, war das wichtig für meinen Weg, das auch zu erfahren. Aber ich bin auch durch diese Phasen gegangen, wo ich dann wütend auf den Arzt war, wo ich dann gedacht habe, er ist schuld. Und dann irgendwann aber zu erkennen, das war ganz wichtig, er hat da eine Rolle gespielt, um mich wirklich aufmerksam zu machen, da tiefer zu schauen. Das war bei mir ziemlich ähnlich. Also ich hatte es wirklich auch halt physisch bemerkt, oder ich meine, eine Beschneidung ist eine physische Veränderung. Und ich hatte wirklich das Gefühl, da ist wie physisch eigentlich noch ein Schmerz drin. Also, ja, das ist ein Schnitt, also das ist wie eine, auf energetischer Basis ist, als wäre dort noch was, das nicht verarbeitet wäre. Also ich bin da wirklich, einfach als ich, ja, vielleicht kennst du das, oder? Denn zuerst ist ja das unangenehm, was du spürst. Oder weil du so das Gefühl hast, ja, ich sollte mich, mein Schwanz sollte sich gut anfühlen. Oder ich rieche mir beim Sex negative, irgendwie komische Emotionen, die da kommen, wenn du Liebe machst. Das sollte ja nicht so sein, oder? Und dann bist du irgendwie so in diesem, fühlst du dich erst einmal falsch, oder? Also das war bei mir so. Und der Schritt einfach mal hinzufühlen, ja, okay, was ist denn jetzt einfach da, wenn ich ganz ehrlich bin? Und das hat ja nichts mit meiner Partnerin zu tun, dass sie die Schuld ist, oder das so. Sondern eben, dass da einfach noch ein Schmerz gespeichert ist. Und das war bei mir dann auch eigentlich genau dieser Zugang, wie du das auch beschrieben hast, da tiefer zu gehen. Und da habe ich einfach, ich hätte das nie gedacht, was da im Hintergrund einfach alles noch gespeichert ist. Oder eben genau diese Haltung auch. Ich habe das eben auch gespürt, da wurde sehr unachtsam gearbeitet. Einfach total in einer, so wie, das hat mich gerade daran erinnert, wie du es gesagt hast, oder der Arzt, der, ja, ja, ich eigentlich möchte ich schlafen, oder so. Aber für dich hat das dann, wenn die so arbeiten, eine Lebenslagekonsequenz, oder? Das ist dann wie so gespeichert, ja. Ja, ja, das ist so. Das ist einfach gespeichert. Und ich habe das auch so erlebt, dass ich wirklich sechs, ein halbes Jahr, sechs Monate immer dieser Schmerz in der Sexualität auch hochkam. Und auch genau diese Gefühle dann hatte. Aber dieser Schmerz mich dann auch wirklich dazu gebracht hat, das so aufzuarbeiten. Das war ja nicht nur der Schmerz der Geburt. Das ist ja, aus schamanischer Sicht sehe ich es ja so, dass dieser Schmerz, der sich da gezeigt hat, das war ja nicht nur meiner. Das war der Schmerz meiner gesamten weiblichen Ahnenlinie. Dieser Schmerz der nicht gelebten Kraft. Und dieser ganze Schmerz, der da so in meinem Schoßraum gespeichert war, der hat sich dadurch offenbart. Weil dieser äußere Schmerz, eben also dieser physische Schmerz, hat mich dazu geführt, da tiefer zu gehen. Und das dann eben aufzuarbeiten. Und das ist, finde ich, immer so dieser erste Schritt. Diesen Schmerz wieder zu fühlen, nicht mehr abzulehnen. Weil ich denke, was wir nicht fühlen, können wir nicht heilen. Oder wie hast du die Erfahrung gemacht? Ja, das denke ich durchaus. Und das ist vielleicht nicht bei allen Menschen gleich. Oder das zeigt sich vielleicht auch nicht bei allen Männern gleich. Für mich ist eben auch das Thema Beschneidung, das ist für mich so symbolisch für ein viel grösseres Thema ja eigentlich. Welches ist das? Was ist für dich das Symbolische dahinter? Ja, also empfindsam zu sein, oder? Also zu spüren auch, wenn wir das spüren, dann sind wir mit unserer Verbindung und wissen, was richtig ist und was falsch ist. Und irgendwie mit so dieser Beschneidung ist für mich so ein Symbol von der ganzen, ja auch wie ein Versuch zu manipulieren. So wie Kriege auch bewirken, dass wir traumatisiert sind und nicht mehr wirklich spüren, wer wir sind, was wir wollen. Und ja, und das ist dann wie die Aufgabe oder das, was eben wichtig ist, das wieder, ja da einfach wieder reinzukommen und das wieder zu, sich zu erinnern und zu spüren, wieder ins Fühlen zu kommen. Also war diese Verletzung an deiner Männlichkeit Tor zu deiner Weiblichkeit? Also dass du wieder an dieses Fühlen gekommen bist, in dieses... Ja, oder auch in meine wahrhaftige Männlichkeit überhaupt, weil eben das Ganze, was heißt, bedeutet denn wirklich Männlichkeit oder erwachte Männlichkeit? Das ist, ich glaube, das ist etwas, was wir erst jetzt am Entdecken sind und mich hat es eigentlich damit in Kontakt zu gebracht. Also dass ich einerseits eben, ja wieder dieses Fühlen, aber auch die Sexualität, die Lust, diese Verbindung mit meinem Lingam, mit meinen Gefühlen, mit meinem Herz, das bringt mich in meine Kraft als Mann. Ja, und dort bin ich eigentlich mit diesem, ja auf diesen Weg gekommen dazu dann auch. Du meinst, dass du auch eine bewusste Sexualität erfahren durftest, also eine Verbindung zwischen Sexualität und Herz? Ja, und überhaupt auch in Bezug auf Lust, also dass Sex etwas, da ist zwar so tiefe Prägungen, dass es etwas Schlechtes ist oder etwas Nichtgutes ist, wenn ich Lust habe oder... Und ja, dort diese Prägungen einfach auflösen, ja. Was würdest du denn sagen, also auf dem Weg, den du bisher so gegangen bist, was ist denn jetzt für dich tatsächlich dieses wahrhaftig Männliche? Du hast jetzt schon gesagt, also das Gefühl, das Fühlen gehört dazu, dass auch Lust wieder da sein lassen und die alten Muster lösen, aber was noch und was noch? Was ist da noch, was du so entdeckt hast? Ja, also als erstes kommt bei mir wirklich so dieses, auch dieses Körperbewusstsein, ja, meinen Körper so bewusst zu spüren. Ja, so in meinem Körper anzukommen, wirklich so dieses Ankommen bei mir selbst in meinem Körper. Und von da aus dann auch, ja, in meiner Kraft zu sein, sei es in der Beziehung, ein wahrhaftiges Gegenüber zu sein, weil als Mann, wenn ich in meiner Kraft bin, dann bin ich der Frau ein Gegenüber. Und die Frau kann auch, ich habe auch eine sehr starke Frau neben mir, können wir uns einfach gegenseitig auch Dinge spiegeln. Und wenn das bei ihr so heftig kommt, kann sie das nur bei sich dann heilen, wenn ich in meiner Kraft bin und spüre, was ist meins, was ist nicht meins. Und dort, also das heisst für mich auch, in der Beziehung wahrhaftig männlich zu sein, kann zum Beispiel auch heissen, dass ich sage, hey, das hat mich jetzt verletzt. Das hat jetzt, ja, dass ich dort auch Grenzen setzen kann zum Beispiel. Das ist so etwas, weil, dass wir Männer manchmal das Gefühl haben, ja, eine Frau, die kann mir nichts machen, ich, das darf mir nichts machen. Tatsache ist aber so, dass eine Frau emotional eben ganz viel bewegen kann, auch verletzen kann. Und dort einfach auch zu sagen, wenn das in so eine Richtung geht, das klar mitteilen zu können. Ja, also das ist für mich so ein Aspekt. Und in der Männlichkeit zu sein heisst für mich auch, so wie die Frau erwacht in ihrer Weiblichkeit und in der Partnerschaft vielleicht einfach nicht mehr alles hinnimmt und alles mit sich machen lässt, ist das bei uns Männern aber genau das Gleiche. Also das spüre ich auch, dass wir auch wir Männer dann eigentlich hinstellen dürfen in gewissen Momenten und sagen, hey, du fertig jetzt. Oder wenn jetzt einfach mal so ein dämonischer weiblicher Anteil kommt, der eben nicht geheilt ist, ja, weil der kommt ja bei vielen Frauen jetzt auch rauf in der Beziehung. Und wenn dann das dann auf das Männliche projiziert wird, dann auch zu sagen, stopp, hey, ich bin dein Lieb, ich bin dein Liebend, dein Beloved, ich bin nicht dein Gegner oder so. Oder ich bin, ja, jetzt habe ich das Gefühl, jetzt bin ich gerade dein Vater oder so, ja. Boah, ich finde das so toll, was du uns jetzt hier erzählst. Ich finde das so unglaublich wichtig, jetzt auch gerade für uns Frauen, weil ich habe das auch gemerkt. Also es ging ja wirklich viele Jahre auch darum, meinen weiblichen Schmerz aufzulösen, aus meiner Ahnenlinie und so weiter. Und irgendwann kam ich dann an den Punkt, wo ich dann auch mal gemerkt habe, wie sehr das verletzte Weibliche, der Schmerz der Frau, das Männliche verletzen kann. Habe ich dann auch in meiner Fadenerschaft mit meinem Mann erlebt, wo ich dann plötzlich mitten in meinem Toben innegehalten bin und erkennen durfte, welche Macht wir auch in unserem Schmerz haben, das Männliche zu verletzen. Das ist nicht immer, so oft wird immer darüber gesprochen, dass wir unsere Grenzen setzen sollen, dass wir, ja, das wirklich klar erkennen. Aber wir erkennen dann manchmal eben auch nicht, dass wir über die Grenzen unserer Männer gehen, dass sie auch genau den gleichen Schmerz, also das ist, was ich jetzt hier so von dir ja auch erfahre, ihr habt ja ganz ähnlichen Schmerz, ihr habt auch Missbrauch erlebt. Ihr dürftet auch nicht fühlen und nicht sein, wie ihr wahrhaftig seid, ihr dürftet auch keine Grenzen setzen. Insofern, wenn ich dir zuhöre, sehe ich da keine großen Unterschiede. Absolut, ja, genau. Und wie seid ihr denn da so mit umgegangen? Also du hast dann schon gesagt, wenn deine Frau in ihrem weiblichen Schmerz war, da hast du dann wirklich Grenzen gesetzt und hast gesagt, hey, stopp. Ja, genau, weil für mich war das so, also ich hatte das erst gelernt auch, als ich bewusst auch Männerarbeit gemacht habe, ich hatte auch einen Mentor und ich war eine Zeit lang, wie soll ich das sagen, bin ich eben sehr stark auch in diese weibliche Seite reingekommen und durfte integrieren. Und ich kannte, dass das göttlich-weibliche und dass seine Frau eine Göttin ist und das, ja, und da habe ich einfach mal so ein bisschen gespürt, ja, das ist schon, das ist ja wahr. Aber in der Partnerschaft oder wenn auch die anderen, kommen eben auch die anderen Anteile auf und rauf und dass es dann auch wichtig ist, eben das zu spiegeln und dort wirklich zu sagen, ja, was es mit mir macht jetzt gerade, wie fühlt es sich jetzt gerade an? Jetzt fühle ich mich gerade nicht mehr sicher, jetzt habe ich gerade das Gefühl, da steht eine Frau vor mir mit einem giftigen Dolch, ja, also das sind so Empfindungen und diesen Empfindungen dann einfach Ausdruck zu geben und dadurch die Frau auch zu unterstützen, ja, stimmt und ja, da ist genau was in mir raufgekommen. Und logisch hatte ich vielleicht zuvor was gesagt, wo ich auch in meinem alten Schmerz drin war, oder? Und das hat dann bei der Frau das getriggert, oder? Das hat dann wiederum, also ich hatte ja auch meine Themen und die wurden dann auch gespiegelt, aber eben, es sind einfach beide, es ist ein Spiegel voneinander. Und das finde ich wichtig, dass beide wachsen können, ja, und dadurch ist es schon wichtig, dass die Männer einfach auch ihre Arbeit machen, dass sie das halten können, ja, wenn die Frauen auch in ihren Gefühlen sind, in einem heftigen Gefühl, das ist eben auch okay, das soll auch sein so, ja. Ja, wir sind dann manchmal so wie Kali, ne? Hier, ich habe immer Kali hier stehen, das ist eine kleine, ich habe auch eine große. Guck mal, die ist ja dann auch, die ist dann so in ihrem Toben, dass Shiva sich unter sie werfen muss, damit sie wieder sich beruhigt. So sehe ich meinen Mann, dann habe ich meinen Mann auch schon manchmal gesehen, wie Shiva, ne, den ich dann brauche, um mir das auch zu spiegeln und ich sehe das auch, also wir können unglaublich viel, wenn wirklich so eine spirituelle Partnerschaft auch eingehen, dann können wir so viel lernen und immer wieder, ich meine, das Ding ist natürlich, es liegt ja auch an uns, sind wir bereit zu lernen, sind wir uns dann jedes Mal auch bereit, unseren Schmerz anzugucken? Und da ist immer irgendein Schmerz, der sich dann neu zeigt, ne? Oder, oder was heißt neu zeigt, immer nochmal der Urschmerz zeigt in der Beziehung und man muss dann halt immer selber wieder in sich gucken. Puh, so, was hat das jetzt, was ist da jetzt in mir, was zeigt sich das in mir wieder für einen Schmerz? Ich meine, du hast eben auch ganz stark von diesen Grenzensätzen gesprochen, auch für euch Männer. Genau, also ich kenne das von mir, dass ich viele Jahre meine Grenzen gar nicht kannte, ne, weil das ist ja auch, du hast auch von dem Nichtfühlen gesprochen, das ging mir auch so, ich habe mich ja selber nicht mehr gefühlt. Das heißt, wenn ich mich selber nicht mehr fühle, fühle ich natürlich auch gar nicht meine Grenzen, ne? Also, hast du deine Grenzen immer gefühlt und dich einfach nur nicht getraut, die auszusprechen oder hast du sie auch gar nicht wahrgenommen? Ja, eine Zeit lang war ich komplett überfordert. Also, für mich war es so ein Muss, zum Beispiel, dass wenn überhaupt jemand in meiner Gegend war, wegen mir oder ausgeladen, in der Beziehung mit mir, irgendwie negative Emotionen hatte, auch wütend wurde. Das war für mich eine komplette Überforderung, so im System, aber da konnte ich gar nicht mehr. Und das hatte ich wiederum aus meiner Familie, also von meinem Vater, da war einfach ein starkes Muster, dass sobald was im Aussen kommt, ein Konflikt, dann ziehe ich mich zurück. Ja, dann gehe ich weg, also ich gehe erstmal einfach mal weg. Und das war bei mir eigentlich die Reaktion, was es dann passiert ist. Ich ziehe mich zurück, auch so ein Opfersein, ja, und irgendwann geht es dann weg und dann ist es erledigt, aber wirklich erledigt ist es nicht, oder? Also, so hatte ich das erfahren eigentlich bei meinen Eltern auch sehr stark. Und hat es deine Frau dann noch wütender gemacht, wenn du weggegangen bist? Das kann man, ich kenne das, dieses Weggehen, das empfindet man dann, also Frau ja dann auch oft als Provokation und dann geht das, ist das ja nicht so. Erst recht. Genau, erst recht. Ja, wie ist das gegangen bei uns dann? Also, ich glaube schon, dass sie dann, ja, wir hatten ziemlich schnell halt unsere Unterstützung geholt, weil das zum Teil ziemlich heftig zu und her gegangen ist. Und sie hatte sich dann auch Unterstützung von außen geholt und ich dann auch. Und so ist das ziemlich schnell, konnten wir halt besser direkt kommunizieren, was Sache ist. Und wie war das denn das erste Mal für dich, als du nicht weggegangen bist? Sondern als du dann wirklich da geblieben bist, hast du dann, konntest du dann darüber sprechen, was in dir vorgeht? Ja, das ist, im ersten Moment ist es wie so ein, fast so, also die Angst jetzt zu sterben, ja, wenn du das sagst. Also, du musst etwas sagen, was du eigentlich, eben, du würdest lieber weg und weil du Angst hast, wenn du das sagst, dann kommt dann was. Aber eigentlich, wenn du das dann sagst, bewegst du genau das Positive. Also, das war für mich die extrem schöne Erfahrung. Dass ich dann, was ich gesagt habe, dass ich gespürt habe, ich bin ja damit richtig, ich bin gar nicht falsch. Das ist so ein tiefes Gefühl gewesen. Und meine Partnerin war einfach da auch reflektiert und hat dann gemerkt, eben, wie stark sie manchmal noch, was da an mir rauslässt, was gar nichts mit mir zu tun hat. Das kommt mir so bekannt vor. Aber ich glaube, das ist eben dieses, da kannst du sehen, was passiert, wenn du, wenn du, wenn du dich dann doch öffnest. Also, was dann bei euch passiert ist, ich, ich kenne das auch, dieses, von meinem Mann, dass dann sich zurückziehen und das dann in mir anfängt, wirklich zu toben. So dieses Gefühl, oh Gott, er hat mir nicht zu. Ich darf mich nicht mitteilen. Er will gar nicht wissen, was in mir vorgeht. Also, dass dieser Rückzug nicht so gesehen wird, wie du ihn jetzt eben beschrieben hast, sondern wirklich noch als noch stärkere Verletzung. Ich brauche ihn doch jetzt, ich brauche ihn doch jetzt, dass er mir zuhört. Und dann geht er einfach weg. Und dann kommt eben so richtig dieser verletzte, weibliche Schmerz, wo dann der Moment kommt, wo wir brauchen, dann beginnt zu toben in unserem Schmerz. Dabei ist es wirklich so einfach, wenn man sich gegenseitig diesen Schmerz erstmal eingesteht, für sich selbst, den erstmal anerkennt und wirklich sich dann öffnet. Und wie du gesagt hast, oh, dann geht man durch so einen Tod, durch so einen Tod, für das Sterben. Ja, ich glaube, es ist einfach schon so eine Tendenz, oder, durch diese ganze weibliche Empowerment, oder, dass Frauen wirklich halt so in ihre Power kommen, in ihre Power. Und dann vielleicht auch das Gefühl haben, ja, so jetzt sind wir, jetzt sind wir die erwachten Frauen und jetzt können wir so richtig Gas geben. Aber das kann eben sehr schnell in eine, ja eben, das heißt, diese verletzten Anteile zu heilen. Ja, und gerade in der Partnerschaft auch sich bewusst zu sein, eben, da ist noch so vieles, was eben noch geheilt werden darf. Ja, also, dass man auch aufpassen muss, dass man nicht so in eine Machtposition geht, als Weib, so wie es wir Männer eigentlich gemacht haben, oder, im Patriarchat. Dass die Frau dann in diese Macht-Power-Position geht und ich bin die Starke, oder ich bin die, ja, das spüre ich einfach. Doch, da braucht es jetzt wie so ein Gleichgewicht, ja, und die Männer müssen, das, was du gesagt hast, das verstehe ich total gut, dass du als Frau eben eigentlich einen Mann brauchst, der dann da ist und hier steht. Und das nicht persönlich nimmt, wenn du als Frau so in topst, oder, das ist ja die Kunst als Mann, dass du das dann nicht persönlich nimmst, aber trotzdem sagen kannst, hey, das, das empfinde ich gerade als einen Angriff und da verschließt sich mein Herz oder das verletzt mich oder jetzt, ja, so das auch sagen zu können, dann so direkt, ja. Ja, ich habe das vor kurzem mal mitgekriegt bei einem befreundeten Paar. Der Mann hat mich dann angerufen, er war wirklich verzweifelt, ist ein sehr starker Mann, der für mich auch wirklich so in seiner Kraft steht. Und die Frau, die hatte dann, wo gleich am Morgen kam, schon ihr weiblicher Schmerz so richtig zum Vorschein und schon beim Aufstehen hat sie den dann auf ihn geladen. Und dann wurde es immer schlimmer und bis sie dann wirklich gesagt hat zu ihm, ich verlasse dich jetzt, ich gehe zu meinen Eltern und nimm unseren Sohn mit. Und das war jetzt wirklich für mich auch so ein Ausdruck, so ein Symbol für diesen Schmerz, der da noch ist zwischen Mann und Frau und wie man das eben dann auch gegeneinander wenden kann. Und ja, aber seine Verzweiflung zu spüren, dieses, ich weiß jetzt nicht, was ich tun soll, was ich kann, dass er sich da auch so geöffnet hat und seinen Schmerz so gezeigt hat, das hat mich eben auch sehr berührt. Also im Gespräch hat sich das dann gelöst, sie ist dann nicht gegangen, aber ich kenne, also ich habe diese Seite des Mannes gesehen, ich durfte sie auch schon erkennen und ich kenne natürlich aber auch diesen rasenden weiblichen Schmerz und was er ja auch so tun vermag. Und ich meine, auf der anderen Seite ist ja auch der männliche Schmerz, es ist ja auch manchmal so, dass der männliche Schmerz sehr stark gegen die Frau geht, im Sinne vielleicht jetzt tatsächlich von sexuellem Missbrauch. Wie siehst du das so aus männlicher Sicht? Ja, auf jeden Fall, das ist natürlich ein Thema, wenn es um Sexualität geht, sexuelle Wünsche, sexuelle Bedürfnisse, wenn da irgendwie Differenzen bestehen oder der Mann möchte etwas, die Frau möchte das nicht. Oder er hat das Gefühl, sie kann es ihm nicht geben. Oder das ist halt dort, wo wir Männer so, ja, irgendwo, ich glaube, das ist immer wieder so ein Thema, oder, dass der Mann möchte zum Beispiel Sex haben oder möchte vielleicht mehr Sex haben. Oder wie gehe ich damit um, wenn ich einmal Sex haben möchte und die Frau hat vielleicht eben noch Schmerzen oder ist nicht wirklich so in ihrer Lust oder kommt nicht wirklich in ihre Lust. Und ja, wie kann ich das, kannst du noch mal sagen, die Frage, genau? Ja, genau, wie es dazu kommt, wenn sich dieser männliche Schmerz, ich meine, ich vermute, dass Männer, die sexuellen Missbrauch begehen, dass sie auch sehr verletzt sind. Aber wie, also wie führt es dazu, dass sie wirklich fähig sind, Missbrauch an Frauen auszuüben? Einfach, ich meine, das kann jetzt, muss jetzt nicht unbedingt Vergewaltigung sein, das kann ja auch einfach diese Grenzen der Frau überschreiten. Aha, ja. Ja, eben, das ist, glaube ich, dieses Opfer-Täter-Schema, oder, dass viele Männer eben mal Opfer waren, sich das aber gar nicht bewusst sind. Und oftmals da noch die Mutter im Spiel war, weil, was ich immer wieder zum Beispiel höre, ist, auf diesen Post, den ich gemacht habe mit Beschneidung, da kamen sehr viele die Worte, haben sich Frauen gemeldet, die geschrieben haben. Ja, bei mir war, bei einem Sohn war das auch das Thema. Zum Glück habe ich auf meine Intuition gehört und ich habe es nicht gemacht. Und es gab eine andere Möglichkeit, dass es sich nicht beschneiden lassen muss. Und da habe ich mich jetzt gefragt, ja, wo sind die Frauen, die vielleicht es, ja, ich glaube, es gibt viel mehr Frauen oder Fälle, wo es trotzdem gemacht wurde. Und die Frauen vielleicht das Gefühl hatten, ja, es ist falsch, das war bei mir so dieses Thema auch mit meiner Mutter. Und da kann halt als Mann dann dieses, ja, wie soll ich sagen, eine Aggression aufs Weibliche kommen, ursprünglich aus der Mutterbeziehung heraus eigentlich dann. Aha, okay, also das heißt, kam diese Wut in dir dann auch hoch, als du dein Thema der Beschneidung aufgearbeitet hast? Ja, also der erste Moment war dann, dass ich einfach gespürt habe, da ist was. Und da bin ich natürlich mal mit meiner Mutter in Kontakt gegangen, habe mit ihr, ich wollte mal wissen, was ist da genau passiert, wie ist das genau gegangen. Und da war natürlich schon diese Situation danach, dass sie eben unsicher war und immer das Gefühl hatte, ja, es war vielleicht falsch und dass sie jetzt etwas mit mir gemacht hat, was nicht gut ist. Ja, es ist, also die Prägung, was ich jetzt gerade spüre, ist eigentlich, dass viele Frauen missbraucht wurden, ja, und die Söhne das spüren bei ihrer Mutter. Und eigentlich die Frau, die Mutter eigentlich unbewusst ihrem Sohn eine Prägung, ein Gefühl gibt dafür, dass meine Lust etwas Schlechtes ist oder etwas, das Schaden anrichten kann. Zum Beispiel, weil meine Mutter zum Beispiel war das Thema, dass sie irgendwie mal eben auch einen halben Missbrauch erfahren hat oder als Teenager-Mann auf dem Schuhweg einen Schwanz ausgepackt hat, gezeigt hat oder so. So Sachen und das ging dann in diese Richtung zum Beispiel, dass ich das erste Mal mit meinem Bruder Pornos geschaut habe und meine Mutter hat das dann entdeckt und anstatt, dass sie uns damit darüber offen gesprochen hat, was ich jetzt so gesehen habe, dass das eigentlich wichtig wäre, auch interessiert zu sein, was uns Jungs daran interessiert. Und so hat sie dann einfach ziemlich krass darauf reagiert, dass es etwas Schlechtes ist und so wie übertrieben gesagt, wie könnt ihr das machen, so etwas zu schauen, das ist, wieso da werden Frauen sozusagen missbraucht. Und da kam so dieses Gefühl wurde mir gegeben, ah, wenn ich jetzt in Porno schaue, dann bin ich eigentlich ein Frauenmissbraucher. Aber weil ich mache das ja eigentlich im Zusammenhang, im Entdecken von meiner Lust. Und dann ist so diese Prägung halt an meine Lust gleich schlecht oder meine Lust gleich, ich bin ein Täter oder ich bin, ja. Und diese Kopplung habe ich bei mir so lösen dürfen, zu sehen, das ist aus einer Verletzung von meiner Mutter, nicht aus ihrer ursprünglichen, weiblichen, geheilten Sexualität heraus. Ja, das ist auch, was ich sehr stark wahrgenommen habe. Es ist ja einfach so, wir sind im Schoß unserer Mutter herangewachsen. Und diesen Schmerz, der überträgt sich definitiv von Gebärmutter zu Gebärmutter, also dass der dann auch in uns ist. Also diese Arbeit habe ich selber während meiner Einweihung sehr stark durchlebt, dass da wirklich auch in meinem Schoßraum der Schmerz meiner Mutter, meiner Uroma und so weiter ist. Aber warum soll es bei euch Männern anders sein? Du bist auch im Schoß deiner Mama herangewachsen. Also ich vermute, dass ihr da diesen Schmerz schon mitbekommt, den Schmerz des verletzten Weiblichen, des nicht geheilten Weiblichen. Aber ebenso natürlich auch den Schmerz des verletzten Männlichen, weil unsere Väter waren ja auch nicht in ihrer Kraft. Und das ist ja immer, das ist ja genau das, was bei der Zeugung entsteht. Es verbinden sich Weiblichkeit und Männlichkeit, Eizelle und Samenzelle. Und solange das nicht geheilt ist, wird das ja immer weiter auf uns übertragen, egal ob wir Mann oder Frau sind. Mhm. Genau. Also ich meine, die Lösung, wir möchten jetzt natürlich unseren Zuschauern auch gerne hier eine Lösung aufzeigen, ist dann natürlich wirklich, ja liegt in jedem von euch. Also als Frau beschäftige dich damit, heile deine Weiblichkeit. Wie du jetzt auch bei Stefan gehörtest, das ist ja so unglaublich wichtig für die nachfolgenden Generationen, nicht nur für deine Töchter, auch für deine Söhne. Und als Mann genauso. Komm in deine männliche Kraft, heile deinen männlichen Schmerz und nimm deine Wahrhaftigkeit wieder an. Genau, genau. Und da dazu gehört einfach wirklich auch das tiefe Hinschauen, wie ist meine Beziehung zu meiner Mutter gewesen, zu meinem Vater. Ja, und einfach zu erkennen, dass in der Partnerschaft es eben schnell mal passiert, dass dann nicht mehr die Partnerin, sondern die Mutter eigentlich gegenübersteht. Dass man sich diese Projektionen spiegelt. Genau, aber das zu erkennen, das zu erkennen ist eigentlich ein toller Schlüssel, das ist echt geil, weil das ist, dort geschieht dann wirklich auch, kann die Partnerstadt dann auch reifen und heilen und auch langfristig wirklich fruchten. Ich habe das immer gehört, das liest man ja oft mal, dass man sich jemanden sucht, der genauso ist wie der Pater oder wie die Mutter. Ich sehe das allerdings anders, nachdem, was ich so erlebt habe. Bei mir, wie gesagt, bei mir kam alles so intensiv hoch während meiner eigenen Einweihung zur Schamanin in Guatemala. Da musste einfach dieser Schmerz ans Licht kommen. Und da kam diese ganze Wut dann erstmal auf meinen Mann hoch, also wirklich eine ganz starke Wut auf ihn, der mich nicht genug sieht, der einfach nicht genug für mich ist, der mir nicht genug gibt. Aber dahinter, je tiefer ich da gegangen bin, kam eben diese Wut auf meinen Vater hoch. Diese Wut auf meinen Vater. Und dann habe ich eben erkannt, dass nicht mein Mann so ist wie mein Vater, sondern dass ich meinen Mann wirklich in diese Rolle reingedrängt habe. Um das natürlich auch zu heilen, dadurch, dass es ans Licht kam, konnte es heilen, erst die Beziehung zu meinem Mann und dann eben auch die Beziehung zu meinem Vater, was ich niemals für möglich gehalten hatte, aber was wirklich ich rein innerlich heilen konnte. Schön, ja, toll. Ja, das war ganz, ganz toll, mit dir zu sprechen. Ich danke dir für deine Offenheit. Ich danke dir für dein Dichtzeigen hier, für uns alle, für die weibliche, für die männliche Kraft, für die Einheit von männlich-weiblich. Ihr Lieben, schreibt uns gerne unter dieses Video, was ihr empfindet, was in euch vorgeht oder persönlich per E-Mail. Stefan, vielleicht magst du noch kurz sagen, wie man dich am besten kontaktieren kann? Also ich bin auf Facebook sehr präsent mit Posts, mit Texten, die ich schreibe und mit meiner Partnerin zusammen haben wir eine Homepage www.extatic-love.com, wo es unsere Angebote auch ersichtlich sind zum Thema Partnerschaftssexualität. Wunderbar, ich danke dir, war sehr, sehr schön und vielleicht sehen wir uns ja beim nächsten Mal und deine Partnerin ist auch mal dabei. Ja, sehr gerne. Vielen, vielen Dank. Ich würde mich freuen. Danke dir und euch einen ganz schönen Tag. Danke.